Also herzlichen Glückwunsch für die zehn Jahre Badi und ich wünsche mir, dass viel mehr Leute daran teilnehmen und dass Badi dann viele unterschiedliche Kulturen miteinander verknüpft und dass die Gemeinschaftstätigkeit sich stärkt. Also ich wünsche mir, dass die Schüler viel mehr füreinander da sind und dass sie sich untereinander unterstützen und merken, dass sie ein Team sind.